Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Daggerfall. Wir befinden uns hier gerade in Bayrest und ja wir haben hier, was können wir eigentlich wegschmeißen, haben wir nochmal so was irgendwo, ja, so, auf, weg, was haben wir hier noch, ne, das wollte ich jetzt nicht, hier, ja, soviel können wir maximal, beziehungsweise, warte mal, lieber in den Wagen, äh, 42600, packen wir lieber alles davon in den Wagen, alles an Gold, 82.000 haben wir so auf Tasche und wir müssen hier aus Bayrest vielleicht einmal, wo haben wir die, äh, Bank von hier, wohl, wir können hier auch einmal die Läden absuchen, vielleicht haben wir hier irgendwas Gutes, ach so, das sind diese Geräusche hier vom Schnee, ich habe mich jetzt gewundert, was das für ein Geräusch ist, ja, können wir hier einmal absuchen, ja, wir haben den Longsword, der ist ja besser, als der hier, der 7 bis 14 und hier 8 bis 22, unser ist definitiv besser, der hat leider nichts, leider hat er nicht das, was ich haben will, so, dann hier noch mal, hier hat er auch nichts, warum hat er nichts, ist hier jetzt ein Typ oder eine Frau, hier ist eine Frau, ja, okay, und dann gehen wir mal, ach, hier ist der Nächste, gehen wir hier auch mal rein, so, hier nix, hier nichts, und hier nichts, lohnt sich das auch hier nicht, wo hatten wir jetzt die Bank, da ganz oben war das genau, direkt hier im Norden, ich würde aber auch einmal vielleicht in den Palast nochmal gehen, mit Lot und vielleicht quatschen, oder Lotus, wie ich ihn immer gerne nenne, beziehungsweise hier können wir auch mal kurz rein, ne, das ist noch nicht der Laden, wo ich hinwollte, der ist da, da sind die Waffenläden, hier gehen wir auch nochmal rein, also erstmal läutern, zwei Stunden wird reichen, so, schauen wir mal, was der hat, ja, wie sieht's hier aus, hat der hier was, irgendwas Gutes, irgendwas Wertvolles, dann gucken wir hier mal rein, nope, und hier auch noch nicht, so, okay, dann wieder nach Norden, jetzt ist aber wirklich die Frage, wie machen wir dann eigentlich hier jetzt weiter, ich würde wirklich gleich nochmal in den Palast gehen, von Veyrus, ah ne, Lot und war in Sentinel, in Veyrus war, äh, Barencia, und, äh, Morgia, so, hier haben wir die Bank von Veyrus, so, wie viel haben wir hier, ja, 144.000, komm, wir machen erstmal die 82.000 erstmal hier rein, 82, 422, ja, dann nehmen wir die später mal, mal so wieder mit, aber als Papier, ein Papierformat, Ah ne, der Süden, wir wollten Dala, da quatschen wir mal vielleicht mit Morgia, oder mit, äh, Königin Barencia, da vorne haben wir schon, da vorne haben wir schon, da, und hier, ja, lad, bitte, laden, ah, okay, ne, das war nicht Morgia, Morgia war das, die hier, die dunkle Elfen hier, weißt du, äh, was mit ihm, Madness, good to see you, Morgia, was ist mit ihr, I was wondering if you might do me a small favor, you see I have a friend who requires a certain shipment of a certain substance brought by a certain time, I trust I'm making myself clear, are you available for such an assignment, given a payment of, say, 770 gold pieces, na klar, so you are available, well, that's grand, I must say, now then, here's a, what's some magic, a big tooth, it needs to be brought to an alchemist, I know by the name of Gnane Gimstone, das ist doch der, Gnane Gimstone, das ist doch von der, äh, von der Drachengarde, oder nicht, you'll find her at Mordiwears finest herb garden in Cathway Derry, with luck she will have something for you to bring to my friend, Morgona Wixley, well, you best be off, Gnane Gimstone told me she needed the big tooth in 22 days or less, thank you and have a good journey, die, die Namen sind wahrscheinlich unisex, kann das sein, die Vornamen, ja, wir machen jetzt erstmal diese Quest, weil ich bisher jetzt auch keine Ahnung habe, wie, äh, wie es jetzt weitergeht, so, Winnene Gimstone, äh, finest herb garden, of Mordiwears finest herb garden, Café Derry a big tooth in exchange for some item that Princess Lisa wants to be delivered, to a third party, I 22, äh, Winnene Gimstone, of Mordiwears finest herb garden, ist das, ist das noch hier, hoppla, nein, hier, Wurders general, perhaps, nee, wie ist das hier, wie ist das hier, so, nochmal gucken, Mordiwears finest herb garden, Café Derry, ich gucke mal, ob das hier ist, Café Derry, Café Derry, Café Derry, okay, ist ein Ort, so, dann muss es hier irgendwo sein, okay, viele Möglichkeiten in den Garten, in den Laden hier zu finden, gibt's wohl, also es gibt schon ein paar Orte, wo man hin kann, so, was sagst denn die Uhr, 7.12 Uhr, okay, früher Morgen, das passt, schaffen wir wohl, so, wo ist denn hier der Eingang, das ist die Bank, Bank wollen wir nicht, der nächste wäre, jetzt Richtung Osten, schön da, Gewitter, so, dann müssten wir jetzt gleich hier, ah, hier rum, so, dann hinter dem Laden da, ja, genau, das da ist es, das müsste der Laden schon sein, hoffe ich, zumindest, es könnte aber auch, ein General Store, oder sowas sein, so, ist das, ich helfe dir, ha ha, okay, jetzt bin ich gespannt, vielleicht ist es, ah, hier, lovely Max, now, hier ist der, agrotet, that needs to be given to, Morgana Wixley, over in the Wixen, residence in, Buck, eh, Burgmarkt, Minster, don't doubtle, Max, this is a second, Morgana Wixley, needs it in 22 days or less, ja, aufnach, Burgminster, 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 nee, nein, falsch, wie schreibt man das, so, Burgmarketminster, Burgmarketminster, da haben wir es, da muss ich hin, dann haben wir diese Quest jetzt gleich auch noch erledigt, ja, auch hier gibt es aber viele Läden, so, aber, wir müssen, ah, okay, das hier, last time you checked, it was hold on, ah, perfekt, guter Mann, also, Redekunst sind wir schon hier, schon sehr, sehr gut geworden, finde ich, so, der Laden hier noch, und dann haben wir es hier, so, hier muss die Person irgendwo sein, seid ihr das? nein, hier oben auch nicht, hier hinten auch nicht, Ah, hier, Wandschrankversteck, by my lady, I was wondering when you'd get here, you are Max? I'm Morgana Wixley, and that, I believe, is my agrotat, if you haven't tried it before, you really should, the effect is heavenly, anyway, here's your 770 gold pieces, thanks a lot Max, you're a lifesaver, nice, 770 gold verdient, äh, da war, hier war der Ausgang, da können wir hier mal schauen, wie sieht das mit den, Waren aus, haben die hier was gutes, haben die den Stuff, den wir haben wollen, okay, ja, die Dame, die kennen wir schon, die, die hat nichts, was wir nicht schon kennen, so, gut, dass es von alt und verpixelt ist, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich von YouTube längst Probleme wegen sowas bekommen, der Laden hat nichts, nichts für uns jetzt, nur noch da hinten, ah, der nächste General Store, mal gucken, was der hat, hier hat er nichts, wie sieht es hier aus, hier rein, und hier hoch, hier gibt es weniger als sonst, oder hier, ne, komm, ich will hier raus, und dann gab es noch im Norden jede Menge Läden, ist das hier schon nett, dass da vorne ist, das ist der nächste Laden, ein Klamottenladen, Alchemieladen, nochmal Klamotten, und hier gibt es Rüstungen, so, zwei Stunden, die warten wir, dann gehen wir jetzt rein, und, na, Tanto ist nicht das, was ich will, ja, da können wir gehen, hm, achso, hier noch ein Alchemieladen, so, dann gehen wir zurück nach Bayrest, in die Hauptstadt, was sagt denn die Uhr, 7.10 Uhr wieder, natürlich, wir kommen immer um 7.10 Uhr hier an, so, wir müssen jetzt in die Richtung, so, wir müssen jetzt in die Richtung, so, und, ja, wir können hier auch nochmal gucken, gucken, gucken wir später, wir gucken später, wir gucken später, aber, also, wundert mich, warum, wir jetzt von, mit Dora, letztes Mal, keine neue Quest bekommen haben, irgendwas fehlt uns, auf jeden Fall dann, wahrscheinlich, irgendwas haben wir noch nicht geschafft, oder gemacht, so, ich hab für dich erledigt, wie, mein von der south make sure you are there and back in 15 days all righty then max i rely on you don't make me regretted okay auf nach singdale so singdale war ja hier irgendwo ein bisschen weiter südlich wo war ein singdale wo war ein singdale war es nicht hier ich meine hier war irgendwo singdale new whale grey world hab sie kein singdale äh nee singdale ah doch da hinten drei tage brauchen wir dafür okay und so so i will be given a jade by princel eliziano okay so various if i get a fresh griffon's feather for her from lisa kingway in 15 days or less lisa kingway is in the champion physics in singdale so okay wo haben wir the champion physics da da waren wir schon mal hier das wäre eine einfache quest vor allem weil wir weil wir hier wahrscheinlich schon mal waren okay hier können wir jetzt nicht rein hier genau und dann ist es da vorne ich glaube hier waren wir schon mal wir haben das hier schon mal besucht hier alles so and you must be max sent by president eliziano yes well here is that griffon's feather they wanted she wanted you better hurry back with it our alchemist has very strong feelings about the freshness of ingredients misplaced of course griffon's feather doesn't spoil still you know what they say about one one man's poison na hurry along okay dann auf zurück nach bay rest so und dann joa können wir direkt da rüber wir haben doch den türkis jetzt oder naja den hier die griffon's feather und die müssen wir äh we give the jade äh wer ist fresh griffon's feather for help from elisa kumway in ja okay das heißt das können wir hier ganz normal da vorne jetzt abgeben nachdem wir diesen umweg hier gegangen sind naja ich komm hier nicht hoch dann heißt es hier rum dann gehen wir hier rein geben die quest ab dann können wir die dort jahre die wir jetzt bekommen haben verkaufen so ah good timing max my alchemist will be so pleased it is a most excellent griffon's feather as i promised here is your gate pretty isn't it danke wir dann mit der hier wieder quatschen oder mit ihr oder mit ihm ich glaube hier komme ich erst mal nicht weiter was muss ich denn machen eigentlich dann um weiter zu kommen und voran zu kommen also da wollte ich hin hoppala jetzt habe ich kurz weg geguckt so dann gehen wir mal vielleicht zur bank die hier irgendwo war hier waren die da waren sie okay dann müssen wir eben ganz kurz läutern sagen wir noch mal drei stunden und dann können wir jetzt vielleicht rein ja banking dann machen wir letter of credit ähm and it said you would like to deposit all of your letters of credit deposit also erstmal die 770 ah ne deposit 1 5 4 0 das wollten wir und dann hier äh 22 7 7 0 5 äh plus a 1% fee 22 22 7 7 0 0 vielleicht 22 7 0 0 0 0 0 also 200.000 wahrscheinlich dann dann nochmal 20.000 5.000 dann nochmal 5.000 wahrscheinlich und dann 400 ah ok und dann 400 1 1 nehmen wir so das kostet immer ein bisschen Geld wenn ich das auch noch alles klar so dann müssen wir erstmal überlegen wo wollen wir denn hinreisen wo würde es denn am meisten sinn machen wo würde es denn am meisten sinn machen mit nevia können wir ja auch noch hin wir könnten zurück nach belfiera aber uns fehlt irgendwie eine quest wenn ich jetzt ehrlich bin wahrscheinlich so painting the truth hatten wir als quest gehabt ich sorry ich bin eben noch nebenbei hier bisschen jetzt am schauen welche quests wir eigentlich schon haben beziehungsweise können wir ja hier auch noch nachschauen das sind die aktiven quests und hier die fertigen so 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 dann fehlt uns nur noch so ah ich glaube wir müssen jetzt einen moment es fehlt uns tatsächlich ja eine quest fehlt uns der alte wächter So. Ne, den haben wir schon. Das heißt, wir müssen, wir müssen tatsächlich hier nach Lysandos Grab, wir müssen nach Menevia und hier hin. Anerwartet, wir reisen vielleicht vorher erstmal in die nächstgelegene Stadt, würde erstmal Sinn machen. So, was gibt es denn hier für Möglichkeiten erst einmal? Unser Geld dazulassen. So, gehen wir mal hier rein. So. Der hat hier nichts. Gucken wir hier nochmal. Hier hat er auch nichts. Aber den können wir gleich das Ding hier verkaufen. Aber manchen Daikatana hat er aber das, ohne das Dai wäre das schön. Genau, Amber hat er hier. So. Verkaufen wir ihn dann den, das Tiare. Hier. Sonst habe ich nichts mehr für, ne? Auch nichts. Drei Gold. Wow. Das war's wert. So, dann ist die Frage, wo kriegt privat so eine Statue? Ne, Spaß. Also, da haben wir die Bank von Menevia. Weil eigentlich alle Infos, die wir brauchten, haben wir ja eigentlich schon. So. Und ich weiß jetzt nicht, was uns die Reni-Turm jetzt gebracht hat. Weil ich jetzt eigentlich im Grunde nur das google, was ich schon gemacht habe. Und was der eventuelle nächste, die nächste Quest wäre. So. Weil, da steht ja auf der Seite drauf. Deposit. Ja. Und hier. 5. So. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann ins Grab des Lysandos. Und schauen uns da mal um, ob wir vielleicht dieses Mal da was finden, um weiterzukommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und tschau! iej-Liandos Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018